Und es lohnt sich wirklich, die Geschichte anzuschauen von Lenins Bruder, Alexander Ulyanov. Also der machte halt rum als Aktivist und dann schließlich als Terrorist. Und eventuell war Alexander Ulyanov ein Informant der Behörden, also der Geheimpolizei, der politischen Polizei, beziehungsweise des Geheimdienstes Ohrana. Der Geheimdienst, der von den Briten ja eigentlich aufgebaut wurde in Russland. Also Alexander Ulyanov. Alexander Ulyanov war der ältere Bruder von Wladimir Lenin und Lenin wurde ja dann weltweit berühmt. Der Vater war ein Adliger geworden und das sieht man sehr häufig bei diesen Revolutionären. Und auch der Vater war vielleicht schon ein Asset, ein Informant in irgendeiner Form für die Behörden. Ja und wenn einer aus dem Clan verdächtig ist, dann sind es alle. Also es kann durchaus sein, dass Lenin für den Geheimdienst gearbeitet hat. Es kann durchaus sein, dass der Vater und der Bruder für den Geheimdienst gearbeitet haben. Also der Vater hatte die Aufgabe, die Schulen, die heruntergekommenen Schulen in Russland eben auf Vordermann zu bringen. Er hat dann hunderte Schulen abgeklappert, hat dann gesehen, manche existierten nur auf dem Papier, manche wurden geleitet von irgendeinem Priester, der halt wenig Ahnung hatte. Und er sollte das Niveau heben und weil er den Job so gut machte, wurde er mit einem Adelstitel belohnt. Aber Adelstitel zu bekommen heißt ja normalerweise, dass man nicht nur Privilegien bekommt, sondern auch neue Pflichten. Und häufig hatten diese Pflichten eben zu tun mit Spionage. Ja, wenn du jetzt dem unterdrückten russischen Volk jetzt mehr Lesen und Schreiben beibringst und Verständnis für die Wissenschaften und die Welt, dann kann es ja sein, dass halt eben dann das Volk aufbegehrt. Und deswegen kann man nicht einfach so Schulen erneuern, sondern man muss halt eben dann auch Informanten haben an den Schulen. Ja, und genau so eine Situation hatten wir ja in Deutschland. Also in den 1800er Jahren. Ja, das heißt, überall in Deutschland gab es ja dann so Dissidenten, also Aufklärungsanhänger und Anhänger oder Gleichsozialisten-Anhänger und so und die tummelten sich halt dann an den Schulen schon und dann an den Universitäten und dann deswegen hattest du halt überall auch Spitzelnetze. Ja, an den Schulen schon, dann an den Unis und natürlich dann auch in diesen Dissidenten-Organisationen. Überall waren Spitzel. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben auch sehr hoch, dass der Vater von Karl Marx bereits so eine Spitzelfunktion hatte. Er war ja so eine Art Anwalt und so ein Mittelsmann zwischen den adellichen Behörden und der jüdischen Gemeinde. Und das könnte natürlich dann beinhalten, dass diese jüdischen Gemeinden da eben dann sehr stark ausgespitzelt wurden. Und diese Situation hatten wir in mehreren Ländern. Ja, weil alles erregt das Misstrauen des Adels. Alles, was irgendwie anders ist, alles, was irgendwie eine internationale Dimension hat. Das heißt, irgend so ein Fürst fürchtet sich dann zum Beispiel davor, dass halt hier vielleicht ausländische Spionage passiert. Und diese ausländische Spionage benutzt halt eben vielleicht dann eine jüdische Community als Tarnung oder versteckt sich innerhalb einer jüdischen Community. Ja, man kann alles für Spionage benutzen. Ja, die Kunst, die Künstlerszene, Wissenschaften, wie die Royal Society, alles. Man kann jedes, alles als Vehikel nutzen für Spionage. Und man sieht halt eben dann, wie jüdische Communities halt eben dann auch an der kurzen Leine gehalten wurden, ausgehorcht wurden. Der Vater von Karl Marx hatte damit vielleicht zu tun, mit diesem Aushorchen. Und Karl hatte dann ja eingeheiratet, er durfte einheiraten in den Adel, also diesen von Westfalen-Clan. Und normalerweise darfst du ja das, darfst du ja bloß einen Adel einheiraten, wenn halt eben dann das Ganze für den Adel Sinn macht. Ja, und wenn der Vater schon spioniert hat, dann darf der Sohn da vielleicht schon ein bisschen mehr. Und dann gab es ja, das habe ich auch in einem meiner Büchertiefste Geheimnisse der Supermächteband 1 geschildert, dann gab es ja diese komischen Episoden, wo halt dann, ja, an den Schulen schon spioniert wurde, wo Karl Marx auch war. Und vielleicht hat er selber mitspioniert. Und Karl hatte immer diese langen Spaziergänge mit seinem Mentor und so aus dem Adel. Und dann ging Karl Marx halt eben rum, von einer sozialistischen Gruppe in die andere und sorgte für nichts als Streit und Zersetzung. Und wenn dann irgendwelche Sozialisten eine richtige, konkrete Mini-Revolution vorhatten, dann platzte das Unterfangen immer, wenn Karl Marx oder Engels davon Wind bekommen hatten von der Aktion. Also das ist so ein Riesending gewesen. Und das ist eine Dimension, die halt weder der Mainstream beleuchtet, die Linken beleuchten es nicht, die Rechten beleuchten es nicht, die gewöhnlichen Verschwörungsmedien beleuchten es nicht. Also und dann, nach offizieller Lesart, Lenins Bruder Alexander Ulyanov sei dann halt eben gescheitert mit dem Attentatsversuch, hier in Russland, auf die Herrscherfamilie und sei hingerichtet worden mit den anderen Mittätern. Aber die tatsächliche Faktenlage ist relativ dünn. Also das heißt, aus dem Knast, wir haben dann ein paar Briefe von Häftlingen, stenografische Aufzeichnungen aus dem Gerichtsprozess, irgend so ein britischer Medienkorrespondent hatte anscheinend eine Quelle und so einen Bericht abgeliefert, ein paar Gefängnisakten, das war's. Also wir wissen gar nicht so 100% ob Alexander Ulyanov wirklich hingerichtet wurde mit den anderen oder ob er der Spion in der Gruppe war. Ja, das heißt, man hat dann die Häftlinge aus dem Gefängnis rausgeholt, dann per Boot zu einem anderen Gefängnis gebracht, nämlich die Schlüsselburgfestung und die ist winzig und abgelegen auf so einem kleinen Inselchen. Und was da wirklich passiert ist, das ist schwer zu rekonstruieren, ja, ob das so stimmt, wie es uns da erzählt wurde. Zugegen bei der Hinrichtung heißt, es war der russische Innenminister Dmitri Tolstoy. Der hatte ja formell die Aufsicht über die Polizei und Geheimpolizei, auch die ganzen Spitzelnetzwerke. Okay, ansonsten seien ein paar Wachleute, so Wachleute oder Polizisten dabei gewesen. Ja, und der führende Polizist machte dann abweichende Anmerkungen im Vergleich zu Tolstoy. Also Tolstoy machte einen Bericht, ja, für die Zaren und dieser Polizist machte einen Bericht. Der Polizist meinte, alle Häftlinge hätten das Küssen des Kreuzes vor der Exekution abgelehnt. Und Tolstoy meinte, vier von fünf hätten das Kreuz geküsst. Woher kommt die Abweichung? Er wollte halt der Polizist die Häftlinge schlechter aussehen lassen. Aber Tolstoy sagte ja dann was ganz anderes. Warum weicht dann der Polizist davon ab? War die Sache wirklich anders gelaufen? Hatte man bloß hinterher dann... Ist das Ganze anders gelaufen? Wurde Alexander Ulyanov geschont, weil er der Verräter war, der Spion war. Hatte man dann hinterher sich auf eine Story geeinigt und mal dann hier das Detail übersehen. Und jetzt haben wir dann zwei unterschiedliche Berichte. Also das heißt, diese Leute waren dann Teil oder Mitglied einer militanten Fraktion der Gruppe Narodnaya Volia. Und man erzählt uns jetzt halt, die Geheimdienste hätten halt den ganzen Postverkehr überwacht von verdächtigen Leuten und hätten sowieso die ganzen Studentengruppen schon halt eben dann unter Überwachung gehabt und so. Und es gab Verräter. Und man sei auf diese Gruppe dann aufmerksam geworden, diese Terrorzelle. Und man hätte sie dann beobachtet bei einem Testlauf für das Attentat. Also, ob jetzt einer von den bekannteren Mitgliedern jetzt ein Informant war, das wird wahrscheinlich für immer geheim bleiben. Aber es ist eben so richtig, weil wenn Alexander Ulyanov ein Verräter war und für die Behörden gearbeitet hat, dann macht das Lenin verdächtig, dann macht das sein Vater verdächtig. Und das macht dann die gesamte Story verdächtig vom Kommunismus. Und Alexander Ulyanov ist nur ein Rädchen in einem viel größeren Komplex. Und wir sehen überall halt eben dann die Spuren der zaristischen Geheimdienste, also der hochadeligen Geheimdienste. Und das ist halt eben dann letztendlich aus meiner Sicht die treibende Kraft gewesen hinter der Revolution. Nicht einfach nur die paar ausländischen Banken, die dann da Geld bereitgestellt hatten für die Revolution. Nicht einfach irgendwelche, also diese Fantasievorstellungen da über die Weisen von Zion. Das hat man ja im Nachhinein gestreut. Also gerade die Briten haben das ja gestreut. Die britischen Geheimdienste kontrollierten dieses Narrativ über eine jüdische Weltverschwörung und die Weisen von Zion. Und man hat dann hier in Russland diese Operation durchgeführt und dann halt eben noch ein falsches Narrativ geliefert, um die Leute da in die Irre zu führen. Und das ändert, also diese ganzen Fragen, diese ganzen interessanten Zusammenhänge ändern unser gesamtes Verständnis von der Revolution, ändern unser gesamtes Verständnis zum Sozialismus. Wenn du auf die gewöhnlichen Erzählungen glaubst, wirst du den Sozialismus, wirst du den sozialistischen Unterdrückungen nie loswerden. Nie. Ja, schon gar nicht, wenn du halt dann dich einlässt auf so diese typische standardrechte Schiene oder diese standardlibertäre Schiene und so. So kriegst du dieses Problem nie gelöst. Nie. Also es waren schon einige Beteiligte dran, also der eine hatte die Bombenwerkstatt, der andere hat Zutaten besorgt, dann hat wieder jemand Zutaten besorgt. Der eine musste diese Bleikugeln dann gießen, die halt als Schrapnellgeschosse da funktionieren sollten und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Stimmung war damals so schlecht in der Szene, man wusste eigentlich, sowas fliegt immer auf und hat wenig Chancen auf Erfolg und das ist einfach eine Tragödie gewesen, auf und runter. Also der Plan war halt Bomben zu bauen, die Bomben dann halt eben an der richtigen Stelle zu werfen und wenn halt eben dann die Zielperson, wenn die halt dann nur, also wenn der Zar dann getroffen wird von irgendwelchen Kugeln, dann seien die halt noch zusätzlich in Gift gedrängt. Um halt hier den Tod möglichst sicherzustellen. Ja und es gab dann auch einige wichtige Frauen in diesen Revolutionsgruppen und Ulyanov benutzte die Adresse seiner Cousine Anna für ein geheimes Telegramm über den Fortschritt der Attentatsplanung. Sie landete im Gefängnis und auch andere beteiligte er wegen diesem Telegramm. Und an der Uni war Alexander Ulyanov lange Zeit eher zurückhaltend, das heißt er hat dann, er war einer von denen, die halt diese ganze neue Literatur und verbotene Literatur gelesen hat. Es gab also Gesprächskreise, wo halt Studenten sich beschnupperten. Oh, liest der vielleicht auch so ein Zeug und so, machen wir ein bisschen Aktivismus oder vielleicht mehr. Er hielt sich lange zurück. Und die großen Narodnaya-Netzwerke wurden ja von den Behörden zerstört. Einer der Anführer von dieser Widerstandsorganisation, Einer der Anführer namens Sergej Degayev stellte sich als Informant der Behörden heraus. Die anderen Anführer wie German Lopatin zwangen Degayev dann irgendwann seinen Führungsoffizier Georgi Sudeikin zu ermorden. Also Degayev, der große Widerstandsanführer, war ein Agent der Ohraner vom Zahlengeheimdienst. Und er durfte dann eben dann auch aus Russland raus. Er ist dann nach Amerika gegangen, wählte den neuen Namen Alexander Pell und wurde ein bekannter Mathematiker. Schuf dann auch die School of Engineering an der University of South Dakota. Es gibt heute noch eine Dr. Alexander Pell Scholarship. Ja, Verräter werden belohnt. Und dieser Lieutenant Colonel Georgi Sudeikin war halt der Geheimdienstler schlechthin. Der sollte diese Narodnaya-Narodnaya-Wolja zerstören, diese Widerstandsnester zerstören. Also der wurde dann Anführer der Geheimabteilung der Polizei von St. Petersburg. Verantwortlich für die Koordination von allen Geheimagenten, heißt es, in der Hauptstadt des russischen Imperiums. Dann bekam er eine spezielle Position als Inspektor der Geheimpolizei. Das ist ein Posten, den man für ihn da geschaffen hatte. Und weil er halt der große Verfolger war von dieser Narodnaya-Wolja, deswegen wollte die Narodnaya-Wolja ihn halt auch ständig umlegen. Und Sudeikin versuchte halt ständig dann woanders zu wohnen und verschiedene Pässe und Uniformen und so, verschiedene Uniformen als Tarnung und so. Und er musste auch teilweise seine Frauen und Kinder hier in Sicherheit bringen. Also es ist schon ein riskanter Job auch. Das ist jetzt nicht so einfach gewesen. Also normalerweise ist es ja so, die gewöhnlichen Revoluzzer, die gewöhnlichen Aktivisten und so, die haben keine richtige Ausbildung in sowas. Die haben vielleicht an der Uni eine Ausbildung in Chemie und können halt Bomben basteln zum Beispiel. Ja, oder Physikausbildung und können Zünder bauen und so. Aber ihnen fehlt das Know-how über Heimdienste, über Widerstandsbewegungen, über die größeren Zusammenhänge. Und solche Amateure sind halt eben für die Behörden normalerweise kein Problem. Was ist aber, wenn jetzt solche Revoluzzer Hilfe bekommen? Ja, wenn die jetzt Hilfe bekommen von irgendwelchen gewöhnlichen Adeligen in Russland. Ja, gewöhnliche Adelige, die sich dann denken, oh, wir wollen die Zaren loswerden. Ja, wir führen hier so ein paar Revoluzzergruppen heimlich und bringen denen bei, wie man Bomben baut. Und dann bomben die die Romanovs weg. Und dann können wir Zarentron besteigen. Also solche Befürchtungen gab es halt eben dann. Also war es halt für die Zaren-Geheimdienste jetzt nicht ganz so leicht. Und man hatte die Situation schon irgendwo unter Kontrolle. Aber irgendwann war man einfach an dem Punkt angelangt anscheinend, wo halt die Zaren, ja, dieselbe Familie wie der britische Thron, wo die Zaren halt gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt drastischere Schritte. Also wir wollen jetzt endlich eine Diktatur haben in Russland, die zentral geführt ist und über das ganze Land gilt. Ja, weil vorher mussten die Zaren sich ja die Macht teilen mit den gewöhnlichen Adeligen. Und erst die kommunistisch gefärbte Revolution mit dem Bürgerkrieg erfüllte dieses Ziel. Die gewöhnlichen Adeligen waren weg oder tot. Und es gab eine neue, zentral geführte Diktatur über ganz Russland. Also Sudeikin, dieser Top-Geheimdienstler, verwendete halt sehr viele Provokateure unter diesen Studentenbewegungen. Und kamen auch andere Techniken zum Einsatz. Also man sorgte dann für Streit, verbreitete falsche Gerüchte und verbreitete eben die Paranoia, dass praktisch alle Anführer von radikalen Bewegungen, Dissidentenbewegungen, dass alle Anführer Spione seien. Und wir wissen ja, meistens ist die Quote eher bei 25%. Also 25% der Anführer in einer Richtung, einer Gruppe. Oder 25% der wichtigen Mitglieder sind meistens halt Spione, Spitze, Informanten der Behörden. Also man hat nicht alle unter Kontrolle. Aber man würde gerne so den Eindruck erwecken, alle seien irgendwie verdächtig. Und diese ganzen Techniken, das ist genau das, was das FBI gemacht hat im 20. Jahrhundert gegen den Ku Klux Klan, gegen radikale schwarzen Bewegungen im Zuge dieses Co-Intelpro-Programms. Das ist genau das, was die Stasi gemacht hat. Das ist genau das, was... Also das sind Methoden, die sind völlig ideologieunabhängig. Das heißt, das sind einfach Standardmethoden. Und die waren halt damals schon sehr, sehr ausgereift. Und der russische Geheimdienst wurde aufgebaut vom britischen Geheimdienst. Und wir sehen das ja auch heute in der AfD. Ja, AfD begreift sich ja da als der große Wandel und die große Hoffnung. Und dann kommen halt eben dann die Verdachtsmomente. Oh no. Arbeitet jemand in der AfD für den russischen Geheimdienst oder für den Verfassungsschutz oder für den britischen Geheimdienst oder für den amerikanischen Geheimdienst oder für den israelischen Geheimdienst. Weil wir wissen ja aus der Geschichte, was an Fakten bekannt wurde, ja, wie stark das rechte Spektrum infiltriert ist. Und dementsprechend, ja, hast du halt eben Verdachtsmomente. Man muss halt eben sich über dieses Spionageproblem im Klaren sein. Und wir sehen halt schlecht geführten Streit innerhalb der AfD und generell im rechten Spektrum. Also wenn halt eben dann Leute sich gegenseitig hassen aus nicht überzeugenden Gründen. Also manchmal gibt es natürlich dann Gründe, triftige Gründe, um zu sagen, okay, mit denen will ich nichts zu tun haben. Oder das, was die machen, finde ich grottenschlecht und grottenfalsch. Aber, ja, und wir sehen halt auch dann wahrscheinlich den Einsatz von Provokateuren im AfD-Spektrum. Also halt verbale Provokateure, die dann irgendwas Krasses sagen, genau zum falschen Moment. Und dann kommt dann der Verfassungsschutz mit seinen Juristen und sagt dann, oho, hier hat irgendwie der AfDler so und so und der andere AfDler so und so. Die haben das und das gesagt. Und laut unseren Juristen ist das genug für einen Verdacht, dass da sich dahinter eine rechtsradikale, verfassungsfeindliche oder widrige Gesinnung verbirgt, Pläne verbergen, Netzwerke verbergen. Und schon ist der Verfassungsschutz wieder einen Schritt weiter und kann sagen, Verdachtsfall, wir dürfen jetzt nachrichtendienstliche Mittel einsetzen und suchen halt eben danach richtig krassen Dingen. Also ob du jetzt in Deutschland hier im rechten Spektrum agierst oder in Deutschland im linken Spektrum oder in Amerika in den 1960er Jahren rumgemacht hast mit Ku Klux Klan oder im Patriot Movement oder hier in Russland oder in Deutschland in den 1800er Jahren, ja, der Aufklärungsbewegung, Sozialistenbewegung, immer hattest du diese Geheimdienste. Und die waren halt bis zum 20. Jahrhundert eigentlich strikt adelig. Und die Geschichte, die Historikerzunft schweigt sich halt weitestgehend aus über Geheimdienste, professionelle Geheimdienste vor dem 20. Jahrhundert. Und an dem 20. Jahrhundert hieß es halt, ja, es gibt jetzt halt eben halt plötzlich hier Geheimdienste und die sind halt irgendwie Behörden und so, ja, und halt staatlich und so. Also, ähm, also, ähm, also, Sudeikin war halt so ein, so ein richtig fähiger Spion, Agent, Agent, Agentenführer, ähm, buh, 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 buh. Und so, diese aktiven Leute, die sind entweder korrupt oder naiv. Also, die Naiven, die kannst du immer irgendwie täuschen oder reinlegen oder überzeugen von irgendwas. Und die Korrupten, die kannst du halt eben dann kaufen oder halt denen drohen. Fertig, aus. Ähm, ja, und als dann hier Degayev, der große Widerstandsführer, als Degayev enttarnt wurde als Agent der Behörden, ähm, dann wollte man wieder so diese Legende zurechtspinnen. Ja, ähm, er musste halt so ein bisschen spionieren für die Ochraner, weil seine Frau wurde bedroht und so weiter und so fort. Aber, es gibt halt eben dann Forschungen aus der Sowjetunion, da heißt es dann, nö, Degayev, der arbeitete schon Jahre vorher, als behauptet, oder als es dann bekannt wurde. Der arbeitete, oder als es dann gesagt wurde, er arbeitete schon Jahre vorher als Informant für die Ochraner. Aus finanziellen Gründen. Da bekam er halt einen Haufen Geld. Also schon 18, ähm, hier 1882. Also er schützte seine Frau, seine Frau wurde verhaftet und dann kam die halt frei, weil er ein Informant wurde und so. Und er bekam dann 300 Rubel monatlich und 1000 Rubel für jeden Trip ins Ausland. Ja, weil viele Widerstandsgruppen, die hatten ja auch Strukturen im Ausland. Also, und Sudeikin, der große Agent Sudeikin, inszenierte dann Degayevs Flucht aus dem Gefängnis. Das war auch sehr, sehr häufig, dass man halt dann, dass die Agenten, die Agenten, die flohen halt dann ständig aus dem Gefängnis und so und die Informanten. Ja, und Degayev hat halt eben dann, Degayev hat genügend Leute verraten, dass man eben hier wichtige Verhaftungen machen konnte. Also zum Beispiel Vera Figner, die konnte man verhaften, eine Anführerin. Und dadurch hätte man dann in den militärischen Armen der Organisation halt eben dann vernichtet. Also zig Mitglieder wurden verhaftet in den Zellen der Organisation, in Tiflis, Nikolaev und so weiter und so weiter. Und nach diesen Verhaftungen wurde Degayev, der Verräter, wurde Degayev im Prinzip der Anführer von Narodnaya Volya. Und der russische adelige Geheimdienst hatte im Prinzip das Ziel erreicht, die größte, wichtigste Widerstandsorganisation selber zu leiten. Also halt über einen Informanten. Also man kontrolliert den Informanten, der die Organisation leitet. Und das ist eben dann die Befürchtung bei eigentlich fast allen bekannteren, größeren Widerstandsorganisationen. In allen möglichen Ländern, allen möglichen unterschiedlichen Systemen, zu allen möglichen Zeiten. Ja, also wenn dann, wenn dann, wenn dann halt zum Beispiel, ja wir sind jetzt in der Neurechensszene, ja oder in der AfD. Wie wahrscheinlich ist es, dass Anführer so und so, oder dass halt, dass halt so und so, die und jene Person, dass die halt für den Verfassungsschutz arbeitet oder für die Briten oder für die Israelis. Und dann würden die Geheimdienste ihren Einfluss ausüben, um dann diejenigen Anführer rauszukicken, die man nicht kontrolliert. Und dann rutschen halt diese Informanten, diese Verräter der Geheimdienste rutschen dann in die absolute Führung der Partei. Okay. Und so kontrolliert dann der Geheimdienst im Wesentlichen die ganze Partei. Dann, ja und dann ist es ja so, wenn du so einen Agenten leitest, so einen Verräter leitest wie diesen DGF, dann kannst du dich natürlich dann absichern, ja du kannst deine Frau bedrohen, du kannst ihn bedrohen natürlich, wenn du halt uns irgendwie hintergehst, machen wir dich fertig und deine Frau fertig. Du kannst ihn bezahlen, du kannst deine Informationen abgleichen mit Informationen von anderen Spionen, die du hast, anderen Informanten, die du hast in der Gruppe. Aber, ähm, du musst oftmals auch einen Informanten gewissermaßen täuschen. Und zu Dakin hat sich da eben dann einfallen lassen, äh, zu Dakin hat sich folgendes einfallen lassen, er hat so getan, als sei er selber eine Art Dissident. Er meinte dann zu Degayev, ich kann die Zaren auch nicht leiden, ja. Und ich schlage dir einen Deal vor. Ich schlage dir einen Deal vor. Du, Degayev, hilfst mir, ähm, hilfst mir dabei, die anderen Anführer deiner Organisation, dieser Widerstandsorganisation, äh, die Anführer halt eben dann zu ermorden oder zu verhaften. Und dann wirst du, Degayev, halt eben deine Anführer dieser Widerstandsbewegung. Und gleichzeitig helfe ich dir, dass du, ähm, wie hieß es hier, äh, dass du den Innenminister umbringst. Also, zu Dakin hat dann sogar Informationen, also angeblich, äh, akkurate Informationen verraten, äh, an Degayev. Also, wo der Innenminister halt irgendwie rumreißt und so, ja. Ähm, und so sollte der Deal halt laufen. Also, ähm, Degayevs, Degayevs Terrorgruppe sollte halt eben den Innenminister umbringen, damit halt eben zu Dakin nachrücken kann in den Posten des Innenministers. Und so war das. Und wir sehen das auch heute in, ähm, wir sehen das auch heute in den Geheimdiensten, auch hier bei uns, im linken Spektrum, im rechten Spektrum, wenn halt eben dann Politiker und Geheimdienstler halt dann so tun, als seien sie die Freunde von den Linken oder den radikalen Linken. Oder sie seien die Freunde der radikalen Rechten. Letztens erst eine Sendung dazu gemacht. Oh ja, wir mögen die Regierung auch nicht, jada, 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 wir sind uns ja irgendwie ähnlich und so. Und so schleimt man sich dann an diese Dissidenten ran und, ähm, legt die da mit rein. Ähm, 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 also Sudeikin machte den Fake-Vorschlag, dass der Narodnaya-Volya Sudeikins Vorgesetzte umbringt und die Ochrana der Geheimdienst, ähm, bringt dann Degayevs Vorgesetzte bei der Narodnaya-Volya um. So würden beide aufsteigen. Also und der Innenminister war, der Innenminister war ausgerechnet Dimitri Tolstoi und der war ja anwesend bei der angeblichen, also bei der Exekution von den verhafteten Terroristen, darunter angeblich auch Alexander Ulyanov Lenins Bruder. Ja, wo man halt diese paar Leute da gehängt hat. Dimitri Tolstoi, der Innenminister, schaute zu, lieferte seinen Bericht ab, aber der Bericht weicht halt eben deutlich ab von dem Bericht des Polizisten, der da angeblich zugegen war. Hm. Ähm, aber der Geheimdienstler Georgi Sudeikin hat ein bisschen zu hoch gepokert und letztendlich, ähm, brachten dann, brachte die Narodnaya-Gruppe dann diesen Sudeikin um. Ja. It happens. Ähm, äh, Degayevs, Degayev, Degayev mit der Hilfe, also Degayev konnte dann in die, in die Vereinigten Staaten flüchten und lebte dort weiter als Alexander Pell und durfte dann in einem, in einem Doktorprogramm, in einem Doktorprogramm an die Johns Hopkins University, machte schöne Karriere. Äh, dann gab es diesen Revoluzzer, German Lopatin, der war dann im Ausland, reiste dann wieder ein nach Russland und wollte in Russland dann eben die alten, teilweise zerschlagenen und versprengelten Netzwerke wieder aufbauen. Ja, und er kam dann halt nach Russland mit einer Liste an Namen von, äh, Aktivisten, Terroristen und diese Namen, diese Leute wollte er alle dann kontaktieren und halt wieder neue, äh, Strukturen aufbauen mit denen und diese Liste mit Namen war auf einem ganz, ganz dünnen Papier draufgeschrieben, damit er, falls er in Gefangenschaft gerät, diese Liste halt eben dann schnell essen kann, damit sie dann zerstört ist. Er wurde verhaftet, die Liste blieb intakt und es gab hunderte Verhaftungen und das ist halt eben dann die, die, äh, Realität von den Aktivisten oder Terroristen, dass halt immer es irgendwo einen Verräter gibt und, ähm, dass dann halt Leute massenhaft verhaftet werden und zerstört werden. Ähm, also es gab neben gut bezahlten Informanten auch Teilzeitspione in Berufen, wo man halt Verdächtiges beobachten konnte, also Vermieter und so weiter und so fort. Genau wie halt in anderen Ländern, genau wie in anderen politischen Systemen später, genau wie in anderen Zeiten. Ähm, alle möglichen Informanten überall. Es gab auch eben ein neues Programm zur Briefpostüberwachung, Überwachung von Telegrammen, also die Aktivisten hatten eben da keine Chance. Irgendwann waren die Zaren aber an dem Punkt angelangt, an dem es drastischere Schritte brauchte, also eine Fake-Revolution wie in den USA. Alexander Ulyanov unterhielt sich klandestin mit seinem Vater bei Spaziergängen und der jüngste Sohn, also nicht Lenin, sondern ein anderer Bruder, fand das merkwürdig. Ich habe mir gedacht, was quatschen die da eigentlich miteinander? Also die führen immer so ganz, ganz ernste Gespräche, obwohl ja eigentlich der Vater ein Verwalter war, ein Artgeadelter Verwalter war von Schulen. Und Alexander Ulyanov war halt ein Student, der war sogar ein sehr guter Student, der eine Karriere vor sich hatte. Ja, und hätte halt sich abfinden können mit dem zaristischen Regime, hätte dann Karriere gemacht, wäre dann privilegiert gewesen. Aber ständig unterhielt er sich dann halt eben so ganz, ganz unter Druck mit seinem Vater und ganz heimlich, heimlich und niemand durfte da mithören. Ja. Also der Vater hatte mit der Verwaltung und Verbesserung von Schulen zu tun. Die Schulen waren oft sau schlecht. Gut möglich, dass er dann die Schulen aufbaute, nicht nur aufbaute, sondern auch die Schulen dann ausspionierte, um die Stimmung bei den armen Schülern zu registrieren. Ja, dass man halt nie halt irgendwie überrascht wird. Man bekommt Privilegien, aber auch Pflichten als Adeliger. Ja, und du bringst den Leuten Lesen bei, die Leute kriegen eine höhere Bildung, aber werden auch dadurch gleichzeitig mehr überwacht. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank.